Hallo liebe Freunde des gepflegten Schiffeversenken. Wir sind wieder in einer kleinen Spontanaufnahme mit dem Olli und mit mir. Hallo Olli. Hallo. Ich fahre meine Chikuma und Olli seine St. Louis. Geiles Teil. 14 Kanonen. Ja, gestern hat Olli noch gesagt, ich soll unbedingt Japaner fahren und heute sagt er, ich soll Amerikaner fahren. Äh, Moment einmal. Die St. Louis ist witzig. Aber die Japaner, die werden später auch ganz schön witzig. Ja, na ich werde auf jeden Fall mal Richtung japanische Heavies gehen. Das habe ich mir jetzt schon irgendwie vorgenommen. So. Es gibt bloß bei den Japanern die Battleships und die Battleships sind ganz witzig, weil die können dann schon auch machen. Ja gut, aber ach stimmt, die Amerikaner haben ja keine Battleships, ne? Die haben die Flugzeugträger dafür. Genau, deswegen solltest du auch Japaner fahren. Und ich fahre zur Zeit Amerikaner. Hallo Olli. Wir nehmen gerade auf. Willkommen im Video. Oh, danke. Nach dem Stromausfall wieder zurück. Stromausfall? Ja. Warum hat er einfach dein Stecker gezogen? Äh, nein. Irgendwas mit seinen Maschinen hat nicht gestimmt. Nur mal so. Oder die falsch. Ja, nachdem der Olli in der vorhergehenden Aufnahme so viel rumgeraget hat, ähm, versuchen wir das einfach nochmal. Moment einmal, das war auch eine ganz schöne Scheißrunde. Was kommt denn da hinten überhaupt an? Eine Miyogi und das ist ein Tier... Vier. Da ist, du hast keine Chance. Hihihi. Boah. Ich bin ja nicht alleine. Aber die bleibt hier noch am Berg stehen. Die fährt nicht. Das ist ja mal... Ich denke, es ist ernsthaft, dass die Destroyer den Arsch retten können. Ah, da sind Gegner schon Destroyer. Du kleines Mistvieh. Für alle, die es nicht wissen, Destroyer haben Torpedos und Torpedos können ganz schön wehtun. Das Problem ist gerade, der schießt auf mich und ich sehe nicht, weil er so einen blöden, eine blöde Nebelbank geworfen hat. Das ist schlecht für dich. Yep. Das ist nicht gut. Da ist er. Das ist nicht sehr gut. Jetzt schießt er sich auf mich. Geht doch nicht. Dann laden wir mal ID für den Destroyer. Ah, sein Torpedos hat mich verfehlt, zum Glück. Ich schau mal für die Sekundärbrie-Auswahl. Ich treff nicht. Ah. Ich lasse mich zu nah nicht rankommen. Naja, ist weg. Ich habe jetzt fast noch einen eigenen Zerstörer mitgerammt, da musste ich gerade ziemlich aufpassen. Äh, laden wir ab, je. Nur als Tepso. Ja, für die, für die Miyogi oder was? Yep. Ah, die Gegner sind doch, ich habe sie getroffen, die sind Luis, sehr gut. Und jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall Support. Was macht denn der hintere Destroyer? Äh. Also mein Destroyer hat gerade schön Torpedos auf die Miyogi geworfen und die scheint es ja auch nicht zu fahren. Oh, die haben getroffen, die Torpedos, das ist sehr gut. So, und jetzt werde aber ich ja getroffen auch. Laat es nach, laat es nach. Uh, das hat weh getan. Die ist weg. Können ich hier auf die... Das hört sich nicht gut an. Also Torpedos war auf dich zulaufen? Boah. Also mit der Kameraführung muss ich da noch ein bisschen arbeiten. Unser eigener hat mir gerade ein Torpedo. Ja, das ist immer wirklich schwer abzuschätzen, ne? Also ich will mir... Ich traue mir das auch nicht mit Torpedos hier durch die Gegend zu ballern. Ach du hinter... Da ist ja noch einiges unterwegs von denen. Komme ich hier um die Unsel so rum rum? Ne, ich glaube das war's. Ja, mein versenkt. Also auf die gegnerische Kawachi komme ich noch nicht. Die ist noch nicht in Reichweite bei mir. Aber auf die... Aber auf die... Was ist das denn? Eine GQ-Mala. Mit der könnte ich mich ja eigentlich anlegen. Kann sein, dass ich den nächsten Schuss sagen muss. Mein Schiff fällt nicht mehr sehr viel aus. Er schießt schon auf die, ähm, Kawachi. Ja, ich glaube die Kawachi ist sauer, weil ich keppe. Oh, die hat eine Torpedo... Oh, nice Torpedo-Treffer abbekommen. Also ich hab jetzt schon 76, äh, Treffer. Ich bin erst bei 39. Du hast aber auch einfach ein paar mehr... Kanülchen. Oh, jetzt zerstört's. Sehr gut. Und jetzt geht's auf... Auf die Chikuma. Oh, hab's in Brand geschossen. Nice. Und jetzt geht's auf meine Schussreichweite. Trafen wir noch die 100? Aus, vier Schuss trafen noch. Ja, sind noch zwei Gegner da. Ich will schossen, dann hab ich 100 Treffer. Nice, wer hat die zerstört? Ich. Sehr, sehr schön. 22.000 Geld, 311 Erfahrungspunkte, 50 Mal getroffen, 1 Mal Basisverdeckung, 8 Mal kritisch beschädigt, 2 zerstört und 4 Mal Brand gesteckt. Du warst sogar besser als ich. Liest sich ganz gut, würd ich sagen. Guck mal hier mal... Oh, ich war zweitbester im Team. Ja, und ich war drittbester. Ist doch nice. Haben wir doch mal schön hier gerockt. Boah, ich hab ein... Ja, ich war besser als du. Also komm, ich hab ein XP mehr als du bekommen. 2.900 mit AP und 12.700 mit HE. Naja, kann man schon machen. Gehen wir mal zurück zum Hafen. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch bei World of Warship so interessiert, was ich mal erfahren soll, fahren muss oder auch nicht. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Mitfahren, Olli. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Euer Herr.